Hallo zusammen, ich zeige euch heute wie man eine Sonnenuhr machen kann. Eine Sonnenuhr auf ein Stück Karton, man braucht dafür etwas zum Schreiben, einen Stecken, einen Becher, um einen schönen Kreis zu haben, oder einen Zirkel, wenn ihr einen Zirkel zur Hand habt. Das ist natürlich einfacher. Und ein Lineal. Wenn ihr eine Geodrehe kennt, ist es auch einfacher. Also, wir fangen an. Eine Uhr, bekanntlich, rund. In diesem Zirkel wüsst man genau, wo die Mitte ist, um mit dem nächsten Schritt weiterzufahren. So hat man jetzt einfach einen schönen runden Kreis. Die Mitte kann man aber ermitteln. Und wenn man sich zum Beispiel hier ansetzt, 10, sagen wir 13, 3 cm. So, dann haben wir die Hälfte. Die Mitte sind eineinhalb. Und da war dann die Mitte. Wenn es einen schönen Rachwinkel gemacht wird, da drauf befindet sich die Mitte. Und von dieser Hälfte sind 7,6 cm. Das macht 3,8 cm. 3,8 cm. Das sollte die Mitte des Kreises sein. So, ich nehme das gerade so, damit es einigermassen gerade ist. Und dann können wir von der Mitte auch einen schönen rechten Winkel. So, passt. Das sollte eigentlich ein rechter Winkel sein. Und dann richten wir die Uhr auf den Süden aus. Das muss gegen den Süden schauen. Und dann können wir hier unterteilen. Und zwar haben wir hier einen schönen von Anfang. Wir haben fast 6. Wir können nicht einen machen, weil wir 6 haben. So, knapp. Dann können wir hier 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann können wir hier auch einen 6 nehmen. Wir gehen hier zuerst so parallel und runter auf 6. So. In jedem cm ein Strich. 3, 2, 1, so. Entschuldigung für die schlechte Qualität hier. So. 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 Und ... ... ... So. So, und das wäre eigentlich schon unsere Sonnenuhr, fast. Hier haben wir 6 Uhr am Morgen, hier haben wir 12 Uhr und am 6 Uhr zu Abend geht die Sonne wieder unter, ohne Berücksichtigung von Sommer- und Winterzeit. So, und hier haben wir 7, 8, 9, 10, 11, 12 Uhr etc. Und jetzt können wir uns hier noch ein Loch machen. Oder gerade mit dem. So. Und das wäre unsere Sonnenuhr. Jetzt müsst ihr eben diese auf der Süden ausrichten. Das heisst, wir schauen, wo der Süden ist. Das ist schön gerade. Der Süden ist dort. So. Jetzt haben wir es etwa gleich. So. Und jetzt können wir schauen, genau. Das ist 11,57 Uhr. Jetzt schauen wir, dass hier ein wenig Sonnen rein kommt. So. Ich weiss nicht, ob ihr den Schatten sehen. Er ist minimal. Ähm. Er kommt genau da auf dem 12. Da muss man schnell mein Blitzlicht wegnehmen vom Filmen. Moment schnell. Da ist ein Schatten. Seht's nicht so gut, he? Auf dem Video. oben h Aber plan geht. Untertitelung des ZDF, 2020